hallo heute ist donnerstag der fünfte zehnte und ich hoffe es geht etwas besser als ich habe anscheinend mir ordentlich einen weg gefangen tipp immer als ich da im stadion war bei eintracht braun schweig gegen st pauli ja deswegen entschuldigung für die husten bolschen ohne geht es gar nicht würde ich ja nur am husten sein und hier auch so werde ich wahrscheinlich nicht ganz unterdrücken können dass ich jeden hustler weg bekomme dafür schon mal entschuldigung ist natürlich sehr uncool irgendwie was im mund zu haben aber entschuldigung es geht echt nicht anders ich hab jetzt schon mehrmals versucht fünfte zehnte das bedeutet noch zehn tage bis zur niedersachsenwahl und zehn tage bis zur nationalratswahl in österreich ich will mir heute zum ersten mal angucken wie sieht es eigentlich aus mit den wahl trends in niedersachsen es ist nicht die bundestagswahl und deswegen gibt es hier auch nicht jeden tag einen neuen wahl trend oder von einer anderen von einem meinungsforschungsinstitut der letzte den ich jetzt gefunden habe ist vom zweiten zehnten der spiegelt aber ungefähr das wieder was ich in allen anderen auch in letzter zeit gesehen hatte und zwar hier ist es so die cdu liegt ganz knapp vorne mit 34,1 prozent spd 33,4 prozent das sind 0,7 prozent unterschied für die cdu allerdings in der theoretischen sitzverteilung würde das bedeuten beide würden gleich viele sitze bekommen die grünen haben hier 9,5 prozent die fdp haben 8,0 prozent die afd 7,1 und die linke 5,2 was halt bedeuten würde die linke würde wieder in den landtag einziehen wenn man das mal vergleicht mit den zweitstimmen bei der bundestagswahl vom 24 september da hatte die cdu 34,9 prozent in niedersachsen die spd 27,4 prozent grüne 8,7 linke 6,9 fdp 9,3 afd 9,1 und sonstige 3,6 ja man kann hier im grunde genommen sehen gerade bei den es ist halt schon unterschied ob es eine bundestagswahl ist oder eine landtagswahl gerade der merkel faktor liegt hier glaube ich doch irgendwo schon mit drin insbesondere hier in der in niedersachsen bei der cdu da ist der spitzenkandidat bernd altosmann ein sehr wie soll ich es ausdrücken sehr unbeliebter mensch stefan weil ist jetzt nun auch nicht gerade die beliebteste granate gerade in bei den vw abgasskandalen und auch generell was mit alles mit vw zu tun hat da hat er sich nicht mit rum bekleckert er ist außerdem auch ein ganz klarer neokon spdler ganz klar neoliberaler ganz klar auf schröder kurs ganz klar auf agenda 2010 kurs trotzdem im gegensatz zu altosmann ist er deutlich weit vorne in den in den umfragewerten wenn es darum gehen würde wen würden sie jetzt am allerliebsten wählen wenn es eine direktwahl geben würde da würde auf altersmann gerade mal 25 prozent bekommen und stefan weil immerhin 43 prozent übrigens die der waltrend vom zweiten zehnten der ist vom wahlforschungsinstitut silvey und wenn ich mir die anderen mal angucke die letzte zum beispiel von infatest dimap vom 28 9 da es sind jetzt kaum unterschiede ein wirklicher unterschied ist zum beispiel bei der in der bewertung der afd die haben anscheinend dadurch dass sie in den bundestag eingezogen sind hier noch mal einen ordentlichen sprung nach vorne gemacht ansonsten sind sagt kaum unterschiede zu den ergebnissen vom ende september was bedeutet das jetzt was kannst du jetzt hier eigentlich wenn man sich das mal anguckt dann wird schon schwierig mit der regierungsfindung es gibt eine ganze menge regierungen oder regierungsmöglichkeiten insbesondere wenn man die afd mit rein nimmt wenn man die afd nicht mit rein nehmen bevor ich jetzt mal ausgehen niedersachsen wird natürlich die große koalition und da ist es natürlich dann spannend wer bekommt mehr hat mehr prozent cdu oder spd ich bezweifle dass es eine große koalition geben wird hier kann ich mir ganz schwer vorstellen insbesondere nicht wenn nicht die spd als stärkste partei darauf hervorgeht wenn die cdu als stärkste partei hervorgeht kann ich mir sehr schwer vorstellen dass sich die spd als juniorpartner hierhin stellt natürlich wäre möglich jamaika wie wir uns wahrscheinlich auch im bundestag aber hier muss man halt noch mal wieder sagen der übertritt von frau elke twesten von den grünen zur zur cdu der liegt doch sehr 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 vielen grünen sehr schwer im magen insbesondere wie ich schon angedeutet hatte diese unter verstohlene hand wiedergegebenen meinungen dass die spd dass die cdu sie regelrecht abgeworben hat mit versprechungen das liegt glaube ich bei den grünen so dermaßen stark drin dass es keinerlei möglichkeiten gibt das irgendwie zu kitten schwarz grün ist hier sowieso nicht möglich schwarz grün hätte hier 60 von 135 sitzen das wären gerade mal 44,4 prozent das wird wahrscheinlich nicht klappen ebenso wenig wie schwarz gelb klappen kann das sind nämlich hier bei 43 prozent also große koalition ja sieht immer rosiger aus hätte ich fast gesagt für die cdu für die für die cdu ansonsten müsste die cdu die afd mit reinnehmen das wird sie nicht machen jemand wie altos mann traue ich das schon zu jemand wie björn tümmler schon von auf jeden fall die werden es glaube ich trotzdem noch nicht machen generell muss man sagen die cdu in niedersachsen ist deutlich rechts die cdu in niedersachsen ist aber auch deutlich wie soll es ausdrücken unbeliebt die einzelnen cdu politiker sind jetzt nicht gerade politiker die die massen zum zur begeisterung stürmen anschließen der altos mann in niedersachsen der vorsitzende der cdu ist der war vorher unter der regierung mc allister kultusminister hat dort war wahrscheinlich wirklich die aller schlechteste kultusminister aller zeiten und greift jetzt vor allen dingen die die spd an wegen ihrer schulpolitik die auch wirklich auch immer noch darunter zu leiden hat unter auch jetzt nach vier jahren immer noch darunter zu leiden hat unter den verfehlungen der jahrelangen cdu regierung unter christian wulf und mc allister insbesondere mit kultusminister altersmann dieser herr altersmann ist auch in rede geraten als es darum ging seine seine doktorarbeit sich mal anzugucken die ja die ja dann mit vier bestanden hatte die vergessen welche universität das war er hat sich diese doktorarbeit noch mal hervor genommen und hat sie doch sehr gerügt als inhaltlich kompletter nonsense und kompletter blödsinn und dass diese eigentlich hätte niemals mit bestanden gewertet werden dürfen aber im grunde genommen haben die gesagt nee das ist jetzt kein plagiat der ist einfach so doof das hat die das ist nicht mein ton sondern das hat die universität im grunde genommen gesagt was er dann gemacht hat ist er hat sich erst mal nach afrika verdrückt zwei jahre lang und als sich dann der rauch so ein bisschen gelegt hat ist er wieder zurückgekommen und sofort bing war er dann vorsitzender der cdu niedersachsen so sieht es um die cdu niedersachsen aus dass so ein mann der sie erst mal von vom hof gejagt wurde und nach zwei jahren zurückkommt und sofort wieder an die erste position treten kann naja ok hat die spd eigentlich glück gehabt denn gegen jeden anderen normalen kandidaten hätte stefan weil schon längst verloren seine alleine wie er sich als handlanger von vw gezeigt hat sowohl im dieselskandal als auch als es darum ging dass die zulieferer von vw einfach gesagt haben es tut uns leid wir uns ihr müsst langsam mal was zahlen das können wir hier nicht weiter arbeiten und vor allen dingen entweder er zahlt jetzt mal oder es gibt keine teile mehr und sich stefan weil nicht zu schade war dafür als ministerpräsident von niedersachsen sich dort einzuschalten und diesen zulieferern die jetzt endlich mal auf geld gehofft haben von vw als raubritter darzustellen die vw erpressen wurden wo es genau andersrum ist vw ja schon seit 25 jahren die erpresser schiene fährt wenn es um ziellieferer geht aber das ist das ist stefan weil und das ist der ministerpräsident niedersachsen und man muss nicht glauben dass das unter david mc allister besser gewesen wäre es kam dann ja von wegen dass vw denen die regierungserklärung geschrieben hatte ja haben sie auch in gewissen art und weise aber auch da wieder auch nicht so als wenn es der unter david mc allister oder unter christian wolf irgendwie anders gewesen wäre in niedersachsen die einzigen die fordern dass aber hier der niedersachsen hat nämlich eine sperren minorität bei vw 20 prozent der aktien gehören zu niedersachsen deswegen ist der ministerpräsident von niedersachsen auch immer im aufsichtsrat von vw die fdp würde gerne diese sachen verkaufen ich würde mal sagen dass man vernünftig diese sperren minorität mal anwenden das wäre doch mal eine art und weise das zu handhaben und nicht gleich diese aktien wieder zu verkaufen naja nur so viel mehr als innentum übrigens rot rot grün in die sachsen im moment 49 6 prozent ein sitz würde fehlen dann würde das möglich sein die grünen haben auch schon deutlich signalisiert sie können sich sehr wohl vorstellen mit den linken in niedersachsen zu koalieren gibt halt noch zwei probleme einmal stefan weil wie gesagt neoliberaler wird es nicht mehr als stefan weil es ist eben die die niedersachsen spd das ist eben die spd von gerhard schröder von sigma gabriel von thomas oppermann von hubertus heil da wird schwierig mit links und mit links partei und spd und das zweite ist eben die links partei in der umfrage jetzt 5,2 prozent gerade so hauchdünn drin letztes mal hatten sie nur 3,1 prozent bei der bundestagswahl hatten sie wie gesagt 6,9 prozent das lässt mich jetzt hoffen dass sie auch hier jetzt wieder einziehen werden sollten sie dort nicht einziehen dann bleibt eigentlich nur die große koalition denn wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass die grünen an irgendeiner weise mit der mit der cdu nach der affäre twesten zusammenarbeiten was ich mir sehr wohl hier vorstellen kann in niedersachsen ist die ampel das kann ich mir sehr wohl vorstellen und das wäre auch mein tipp wahrscheinlich für den bundestags für die landtagswahl in niedersachsen zehn tage davor die ampel hätte die ampel hätte insgesamt drei sitze mehr als als nötig wäre das also da kann ich mir am ehesten vorstellen dass das hier in niedersachsen funktionieren wird unter ministerpräsident stephan weil wieder eine ampel regierung nun ja wir werden sehen wie gesagt zehn tage sind noch ich werde sicherlich noch mal das eine oder andere video dazu machen aber ansonsten will ich mich jetzt auch vor allen dingen dann in der zumindest beginn der nächsten woche noch mal kümmern um die nationalratswahlen in österreich da sind jetzt ja doch die also zumindest von vom inhaltlichen von den von den intrigen und affären dort ist die deutlich spannender als in niedersachsen war das muss man jetzt schon mal ganz klar sagen gut hat ja doch ohne muster geklappt zwei fischer menschen jeder jeder wange jeder backe und es funktioniert naja holla die waldfee ansonsten noch irgendwas ne stephan weil dass ich für so jemand mal sein muss das ist ja auch wieder ich habe ich habe einen schönen tag bei diesem sturm ja